Das Wichtigste beim Fischen ist absolute... Ruhe! Jawohl, Chef! Und seid schön vorsichtig, dass hier keiner ins Wasser fällt. Oh, ich drehe durch. Toller kleiner Kerl, wer ist das? Nick, du könntest mir mit ihm helfen. Du denkst dir Geschichten aus und ich illustriere sie. Warte, nennen wir ihn doch den kleinen Nick. Prima Idee! Ich glaube, wir werden viel zu lachen haben. Weißt du, was ihm fehlt? Wir müssen für Nick ein paar Freunde erfinden. Aber, aber, was soll das denn? Ein Mädchen? Quatsch machen ist toll. Das war lustig. Die besten Ideen kommen mir, wenn ich vor mich hinträume. Meine Freunde und ich haben zusammen so viel Spaß. Ruhe! Ruhe! Organ! Ha! Nimm das! Du lieber Himmel, was soll denn das? Ich will so was Foto oder überhaupt nicht. Schreib mir eine neue Geschichte. Nach den Ferien erkennen sie nicht wieder. Das wird toll! Und keine Sorge, ich erkenne euch auf jeden Fall. Hm. Oh nein! Whoops! Aus... Aus! Aus!